Ah, hier sind ganz viele Zombies, Simlaki, nimm das! Ah, wie hoch ist denn bitte sehr gesprungen? Das ist ein Mutantenzombie oder sowas. Oh nein, oh nein, so ein Zombies, ich hab mich noch nie gesehen. Ah, das ist ja richtig schnell. Simlaki, Hilfe! Okay, ich bin einfach verfolgen, wo bist du? Oh nein, oh nein, wir müssen unsere Base aufbauen, bevor die uns hier alle holen. Ich hab nur eine kleine Pistole. Schnell, Uki! Schnell Wände bauen, schnell Wände bauen. Okay, sehr gut. Ah, nimm das! Oh nein, nein, nein. Wo bin ich denn all deine Kräfte? Oh ja, wie viele sind das? Wie viele? Okay, Leute, ich hab keine Schotze. Doch, ich krieg das hin. Leute, Zombies, nimm das! Ich hab so ein gutes Aim, Leute. Ich brauch eine bessere Waffe. Ja, ich brauch eine bessere Waffe. Oh, das war's mit mir. Simlaki, ich bin draufgegangen. Was? Okay, ey, du bist ja voll... Ah, die Freundschaft, da kehre ich da hoch. Jetzt hab ich eine SMG, nimm das, Zombies! Jetzt geht's schon viel schneller! Okay, du kannst noch viel krassere Waffen kaufen. Ey, das wird immer OP. Oh ja, wir müssen uns eine richtig krasse Base bauen, damit wir nicht erledigt werden. Wenn wir öfter erledigt werden, dann können wir für immer... Dann werden wir für immer zum Zombie. Genauso wie diese Zombie, Simlaki. Mann, 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 Mann! Okay, alles klar, Simlaki. Weißt du was? Ich baue jetzt meine Base, die richtig safe wird. Okay, Zombie wird hier einbringen. Auch nicht dieses super, duper gelbe Zombie, Junge. Was war das denn für eins? So, Wände weiter aufbauen, genau. Ich meine, die Wände auch schon aufgebaut. Die werden immer krasser. So, wir brauchen mehr Geld. Ey, wie können wir mehr Geld verdienen, Simlaki? Äh, keine Ahnung, Okri. Komm, da ist ein Zombie. Schau mal, was ich mit dem mache, Leute. Und... Boom! Nimm das! Im Fiat, in dem du Zombie-Kiss kriegst du Geld. Oh, okay, du hast recht. Aber ich habe schon so krassen Loot, Junge. Ich habe hier schon eine Schrofflinte und so. Was? Eine Schrofflinte? Ja, man kann es auch gleich kriegen. Und so, sogar Sturmgewehr, Messer. So, zack, haben wir eine Tür geholt. Let's go. Jetzt kann ich die Tür immer öffnen und zubachen. Falls ein Zombie... Komm, dann mach ich die einfach zu! Nimm das, Zombie! Boom! Okri, hast du auch schon so ein Lila-Zombie gesehen? Oh ja, das war richtig stark. Oh nein, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich muss es erlegen. Das kann ich nicht hüpfen. Das ist ein Typhenzombie! Riesenzombie! Okay, zack, war ja auch gut. Ey, Leute, ihr müsst mir für die heutige Folge Glück wünschen, damit ich nicht von dem Zombie aufgegessen werde. Deshalb lasst mal jetzt alle ein Like da und ein Abo direkt auf dieser Folge auf Ehre-Bruder-Basis in 3, 2, 1 und let's go! Danke, Freunde. Wir sind schon 10.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt ein Like sagen lassen haben und ein Abo. Ich küsse eure Herzen. Ich würde sagen, wir versuchen heute eine riesige Base aufzubauen, damit hier kein Zombie mehr eindringen kann. Weil ich habe das Gefühl, wir müssen die krassesten werden. Wir müssen eine krassere Base bauen als Simlaki. Simlaki, du wirst auf keinen Fall... Sorry! Was? Oh nein, ich glaube, da kommt gerade ein Lila-Zombie. Das ist ganz... Und dann kommt sogar ein blaues Zombie! Simlaki, was können die blauen Zombies... Ich bin die ganze Zeit erledigt, okay, die sind viel zu stark. Die sind in meiner Base drin. Okay, wir holen uns die nächste Waffe, Freunde. Was ist die nächste... Was ist denn hier drin? Ohnausgerüstet? Ah, okay, die Pistole, ja, die brauchen wir nicht. Die ist eigentlich gar nicht mal so gut. Wir rüsten das besser aus. Und das Sturmgewehr! Let's go! Wow, nein, da kommt das, da kommt das, da kommt das so. Okay, ich test direkt das... Wow! Ich test direkt das Sturmgewehr aus und... Boah, macht das viel Schaden! Let's go, let's go, let's go! Okay, okay, ich glaube, das Wichtigste ist, du musst dir erstmal deine ganze Base aufbauen, weil dann bist du sicher. Oh ja, du hast recht, Simlaki. Also ich soll einfach drüber springen. So, und Rüstung habe ich jetzt sogar auch und du? Habe ich auch schon, okay, ich mache mir gerade Fenster überall. Boah, ich bin stärker, jetzt bin ich stärker, let's go! Oh, Granaten, was? Ja, und noch mehr Fenster, ey, Granaten! Und danach Scharfschützengewehr, Sniper! Boah, ich habe eine Sniper, ich habe eine Sniper, Simlaki. Ich habe eine. Was? Sniper hast du? Oh ja, guck mal, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt hier... Oh Mann, ich noch nicht. Ich werde die Tür aufmachen, mal schauen, ob hier irgendwelche Zombies sind. Aha, oh, da sind ganz viele! Okay, Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu! Ah! 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 Nimm das! Granate, 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 Granate! Okay, das hat nichts gemacht, das hat nichts gemacht. Einfach drauf da! Nein, ich wurde schon wieder erledigt, Simlaki! Ich habe gerade einen Riesenzombie! Ey, wenn du einen Riesenzombie erledigst, dann mutiert das einfach zu ganz kleinen und großen Zombies. Das ist voll schwierig, okay? Oh, jetzt habe ich sogar meine Rüstung an. Was? Was hast du für ein Riesenzombie? Ja, ja, da kommen sogar das Kleine raus, wenn du das killst. Aber ich kill dich gerade alle. Okay, okay. Ich bin so krass, Okri. Ich bin so krass. Schrotflintes OP, Okri. Okay, hier. Warte mal, ich habe eine Sniper. Und, wo ist das? Hallo? Wo ist das an mir? Okay, da! Ich kann dich treffen. Oh, da vorne, die treffe ich. Dem gebe ich Headshot. Und, Leute, du hast keine Chance. Bam! Nach Land, bam! Nach Land und bam! Let's go! Und jetzt Fenster zu, Junge. Die machen mir ein bisschen Angst. Okay, Freunde, was können wir als nächstes? Du kannst sogar eine Rüstung 2 kaufen. So, wir machen das mal. Oh, Rüstung 2? Mehr Rüstung? Das ist sehr gut. Du kannst sogar Leben plus kaufen. Da hast du so Ersthilfepaketen und sowas. Okay, krass, Simlaki. Krass. Aber ich ruhe hier gerade andere Zombies. Hier ist ein schwarzes Zombie. Boah, ich glaube, das ist bisher das Stärkste. Das hat richtig viel Leben. Aber die Schusswinde... Ey, die Schusswinde, vertrau mir. Die Schusswinde ist richtig OP. Wow! Wird attackiert! Okay, das ist das Stärkste. Das ist bisher das Stärkste. Nein! Ey, ich wurde schon wieder erledigt. Ich hoffe, ich werde dich zum Monster... Zum Zombie selber mutieren. Das ist ja gar nicht gut. Das stimmt. Ey, wenn du richtig drauf gehst, glaube ich, dann wirst du irgendwann selber zum Zombie. Ich hoffe nicht, Junge. Okay, voll, ich darf nicht mehr drauf gehen. So, bam, Headshot. Haha. Und da vorne ist auch einer. Oh, Samlaki, ich sehe dich, glaube ich, sogar. Du bist da ganz hinten, oder? Siehst du mich auch? Ja, aber ich bin da hinten. Ich wollte gerade zu dir rein, aber hier sind zu viele Zombies. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Okay, Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Ich mache hier das Fenster auf. So, und jetzt... Oh, nein! Uck, ich glaube, es gibt Autos. Wow, der ist einfach rübergepft. Der ist einfach rübergepft. Der ist einfach rübergepft. So, ein Liederzombier einfach rübergepft. Er ist einfach über meine Wand. Was? Oh, ja. Und der macht richtig viel Schaden. Der macht richtig viel Schaden. Okay, ich glaube, das sind die Stärksten. Das sind die Stärksten. Die Lieder sind uns 100% die Stärksten. Okay, Freunde, wir müssen uns besser haben. Wir müssen uns aufbessern. Wir haben genug Geld. Wir haben 5.000 Geld. So, zack, wir holen uns eine bessere Rüstung. Boah, jetzt habe ich die auch. Boah, die ist krass. Ja, die ist krass. 100%. Bam, und jetzt kann ich... Weiß, ich teste jetzt auch. Boom, ich ziehe die an. Granate ist, glaube ich, jetzt richtig okay. Es gibt Illusionszombie und sowas. Ey, es gibt voll viele Arten. Hast du dich schon alle gesehen? Das macht Doppelgänger als Zombie. Was? Das ist ein Kakashi, Kakashi, der Doppelgänger. Wie aus Naruto. Wow, what the... Was red... Oh, der ist durchs Fenster geklettert. Oh nein. Aber ich habe ihn erledigt. Ich bin der Beste. Let's go. So, Erste-Hilfe-Kit habe ich jetzt auch. Das rüstet ich auch aus. Und ne... Oh, ne, krasse. Was ist das denn für eine Waffe? Okay, ich tue mal meine Waffen, die ich nicht brauche mehr. Einfach zurück, weil... Ey, Leute, ich habe so viele Waffen, die ich überhaupt nicht brauche. So, die SMG ist nicht so krass. Die tue ich wieder zurück. Das Sturmgewehr... Ne, das Messer brauche ich auch nicht. Oh nein. Hier ist schon wieder einer von diesen Niederlern. Nimm das. Oh nein, oh nein, oh nein. Hilfe. Erste-Hilfe-Kit. Oh, let's go. Okay, ich rufle den raus und... Bam. Let's go. Ich habe es geschafft. Ey, Mann, meine Base ist doch lange nicht so... Oh, da ist ein Riesenzombie. Nein. Nicht dein Ernst. Granate. Granate. Granate ist das Einzige, was jetzt hilft. Oh, let's go. Bam. Okay, Leute, trifft die? Keine Ahnung. Aber die kommen hier zum Glück nicht rüber. Das ist sehr gut. Deshalb kann ich hier von... Oh nein. Schon wieder. Ich hasse diese Zombies. Die sind die schlimmsten. Oh, der Ries ist rüberkommt. Diese Illusionszombies sind so stark, Okri. Wenn du die einmal gegen die kämpfst, die kriegst du nicht besiegt. Der Ries ist gekommen. Der Ries ist gekommen. Welche Zombies? Illusionszombies? Ja, Illusion, ey. Ich kämpfe die ganze Zeit dagegen. Ich kriege die einfach nicht besiegt. Die sind zu stark. Oh no. Ich will die nicht sehen. Ich will die nicht sehen. Ich habe Angst vor denen. Ich mache mir den zweiten Stock. So, jetzt bin ich sicher. Von diesen Niederlern. Okay. So. An. Granate raus. Haha. Jetzt nimmt das und Fenster zu. Let's go. Ich habe so richtig viel Schaden damit gemacht. Und jetzt. Schrotflinte. Bam. Bam. Die kommen hier bei mir nicht mehr rein, ne? Die kommt. Ihr kommt jetzt hier nicht. Oh nein. Was ist das? Ich kann die Healing-Tisch machen. Leuchtet das so? Leuchtet so dieses Illusionszombie? Ja, das ist richtig stark gemacht. Die ganze Doppelgänger. Wow. Oh, warte. Ein Alpha-Zombie. Hast du das schon gesehen? Äh, weiß ich. Wie sieht das aus? Ich habe zum Roses gesehen. Oh, hier ist dieses Illusionszombie. Okay, das muss ich auch mal legen. Ich habe einen Springer-Zombie. Ein Springer-Zombie? Was soll das denn sein, Simlaki? Er springt. Äh, lol. Wie viel Schaden macht eine Granate, wenn man mit der gut trifft? Krass. Ich habe einen zweiten Stock. Okay, hast du schon einen zweiten Stock? Ja, ja, ja. Ich habe auch schon einen zweiten Stock. So, ich mache hier vorne noch Lichter. Let's go. Und jetzt gehe ich nach oben. Oh, warte mal. Ich kann... Okay, Lichter kosten ja voll viel, Alter. Warum soll ich so viel für Lichter ausgeben? Ich brauche hier noch mehr, Leute. Ich brauche hier noch mehr. So, ich mache mir den nächsten Waffentisch. Was sind hier oben für Waffen? Ey, wenn du einen zweiten Stock hast, dann kannst du oben drauf gehen und alle snipen. Boah, stimmt. Du hast recht. Das mache ich jetzt. Boah, das ist ja voll OP. Und da gibt es neue Waffen. Richtige OP-Waffen gibt es da. Okay, so. Nimm das, Junge. Und jetzt kann ich mit meiner Schrotflinte drauf da. Bam. Drauf da. Boah, hier sind so viele Zombies unten. Zum Glück kommen die hier nicht rein, sonst wäre ich direkt drauf. Ja, Uckrey, du kannst sprinten. Wusstest du das? Äh, sprinten? Lass, wusste ich gar nicht. Kein Wunder. Jetzt weiß ich wieder... Oh, jetzt bekommen mich die Zombies auch nicht die ganze Zeit. Ja, ich habe auch gedacht, ich gehe die ganze Zeit... Ey, Uckrey, wir sind solche Dullis. Wir sind solche Dullis. Wir können einfach sprinten. Kein Wunder. Jetzt sind wir auch schneller als die Zombies. Besser ist das. Jetzt weiß ich wieder Dumpel. Ey, warte mal, warum sieht es zu komisch aus? Warum ist es rot? Warum ist es rot, Simlucky? Uckrey, ich glaube, es kommt die Boss-Invasion. Ey, Simlucky, komm mal lieber zu mir. Ich komme gerade zu dir. Ich hole mir ein Auto. Okay, let's go. Oh nein. Was machen die jetzt hier vorne? Hey, weg da. Die stapeln sich und die kommen hier gleich rauf. Das Ganze ist gar nicht gut. Ey, Feuer ist die Zukunft. Alles ist rot. Wundert euch nicht. Aber Leute, wir schaffen es trotzdem. Wir schaffen es trotzdem. Wir holen uns die alle. Bam. Drauf da. Haha. Ey, ich habe jeden geholt. Ich habe jeden in meiner Base geholt. Die haben keine Chance. Ich habe jetzt sogar schon eine Barriere, Simlucky. Oh, eine Barriere. Die kommt gelegen, Leute. Die kommt gelegen. Die kleine L. Hier kommt hier nicht rein. Nimm das, Junge. Haha. Ey, Uckrey, man kann sich Panzer und so kaufen. Panzer? Wow, wie krass ist das? Ey, man kann sich so krasse Sachen kaufen, wenn du das alles nur wüsstest. Oh, Mann. Wo kannst du dir das alles kaufen, Simlucky? Ah, die kommt hoch. Bei anderen. Die haben einfach solche Geschütztürme. Die haben solche richtig krassen... Die sind Mutantenzombies. Okay, das heißt, wir müssen noch krasser werden. Boah, wir können uns eine Kramwaffe holen. Was ist das für eine Waffe? Okay, Leute. Die teste ich jetzt aus. Das ist die nächste Waffe. Und... Boah, die sieht krass aus. Okay, was kann die? Was kann die, Freunde? Wo sind Zombies? Kommt her. Traut euch doch. Jetzt trauen die sich nicht mehr, wenn ich hier die krassen Waffen habe. Die Damage, ne? Snipe Headshot. Boom. Oh, ja. Let's go. One-Hit, Junge. Oh, nein. Riesen-Zombie. Riesen-Zombie attackiert mich. Oh, okay. Aber die sind so schnell, ne? Diese Riesen-Zombies. Aber du weißt ja, wir können sprinten, Simlucky. Ja, trotzdem, die sind schnell. Oh, nein. Ich muss Tür öffnen. Ich muss Tür öffnen. Nein. Riesen-Zombie ist bei mir drin. Ah. Ah. Junge. Du ratest ja komplett aus. Es ist eben im Haus drin. Okay, voll. So, wir haben uns jetzt überall Lichter gemacht. Ich hoffe, wir kommen jetzt mehr Geld. Das wäre sehr gut. Und wisst ihr was? Ich glaube... Ey, Simlucky, komm mal zu mir rüber. Ey, man kriegt echt Cash, wenn man einen Riesen-Zombie kippt. Ey, warte. Okay, ich schaff's nicht. Da sind so viele Zombies. Ich versuch die ganze Zeit schon. Okay, okay. Alles gut, Simlucky. So, was kann ich denn ablegen? Ich will nicht so viele Waffen im Moment haben. Schrofflinte ist OP. Ey, ich muss jetzt unbedingt die nächsten auch noch austesten. So, hoch da, Freunde. Oh, nein. Oh, nein. Nicht eins von denen. Nicht eins von denen. Hey. Erste Hilfe kurz. Let's go. Okay, jetzt teste ich die neue Waffe. Und bam. Okay, die ist krass. Das ist auch eine... Boah. Wie viele sind hier wiedergekommen? Oh, nein. Ich muss schnell die Granate werfen. Ey, ich glaube aber, Zombies, um zu wingen, das bringt richtig viel Geld. Das ist richtig gut. Läuft. Voll cool. Ja, Mann. Aber so, Spons. So, ich habe schon richtig viel Cash. Oh, ich kann hier vorne alles ausrüsten. Okay, das muss ich auch gleich machen. Junge, die Granaten sind so OP, Simlucky. Du musst die unbedingt werfen. Die sind die besten von allen. Schaut euch das an, Leute. Wie krass das funktioniert. Bam. Ja, die sind ehrlich gerade... Okay, bei meinen Barsen sind tausende Zombies. Du musst mich hier irgendwie verzeigen. Boah. Wie viel Schaden macht das? 300. Oha, das war krass. Das war krass. Das macht echt viel Schaden. Zack. Und was sind das für Zombies? So grüne, kleine. Okay, hast du auch schon eine Barriere? Ja, ich habe auch schon eine Barriere. Ich bin schon viel weiter als du, Simlucky. Ey, was? Was redest du, Ucri? Ich gehe wieder drauf. Ich hole mir jetzt die Verbrennungsgranate. Boah, wie krass ist die denn, Freunde? Okay, die will ich unbedingt austesten. Verbrennungsgranate. Hast du die auch schon ausgetestet, Simlucky? Nee, ne? Ich bin noch nicht so weit wie du, Ucri. Ja, war ja klar, ne? Schau mal, da vorne war ein Zombie. Warte mal. Das redest du, ey. Ich bin auch gut, Ucri. Hör auf, hier irgendwie Lügen zu erfinden. So, warte, warte. Und BOOM! Headshot! Haha. Du bist Verbrennungsgranate. Ich teste aus. Ey, das sind so viele, ne? Das sind so viele Zombies hier unten. Ah, nein, nein, nein. Ich habe die auf mich geworfen. Das ist gar nicht gut. Ich habe eine Basis verbrannt. Nein! Das ist Ucri, ey. Du bist nur ein paar Haar. 1.000. Okay, aber ich habe die gleich. Ich habe gleich genug Geld. Ehrlich, ey. Voll krass, Ucri. No, ey. Diese Granaten sind echt voll OP. Oh, ja. Granaten sind das Krasseste. Ich habe die schon die ganze Zeit benutzt. Deswegen, was denkst du, warum ich so viel Cash habe? Oh, nein. Ich habe schon wieder eine auf mich geworfen. No, und stopp. Wir können hier gleich richtig krasse Waffen machen. So Schießstand und so. Ey. Es sind bei uns hier unten gerade die ganzen auch so viele Zombies. Hä? Wo kommen die jetzt alle? Ja, ja, ja. Ich klei dann hoch. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Die klei dann hoch, die klei dann hoch. Aber keine Sorge, ich habe meine Sniper. Nimm das, Junge. Du Riese, Alter. Oh, nein. Das ist ein Riesen... Das kommt noch safe hier hoch, oder? Ah. Hä? Junge, ich habe irgendwie richtig viel Schaden bekommen. Oh, nein. Ich kriege richtig viel Schaden. Okay, ich habe mich gehealt. Perfekt. Und jetzt weiter drauf da. Let's go. Nimm das. Verbrennungsgrad. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Abhauen, 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 abhauen. Granate rein. Einfach die Granaten rein. Nimm das. Zack. Oh, okay, die Farbe ist weg. Es ist nicht mehr so rot komisch. Das ist gut, das ist gut. Ich glaube, hier sind nicht mehr so viele Zombies jetzt. Das ist besser jetzt. Ja, okay, aber weißt du, umso weniger Zombie, umso weniger Geld machen wir das eigentlich nicht so gut. Ey, stimmt das. Recht, Okri. Egal. Komm, wir schaffen das trotzdem. Bam. Granate rein. Nächste Granate da vorne rein. Boah, das ist so krass. Und hier mit der Schrotflinte rein da. Headshots, Headshots, Headshots. Ich habe jetzt auch die Verbrennungsgranate, ne? Die haben keine Chance, Freunde. Freunde, haha, die Armee wird erledigt. So, nur noch ein Kleines hier vorne. Kriege ich die? Was ist so Kleines? Junge, ich kriege das nicht, was ist so Kleines? Nimm das, Junge. Oh, ah, perfekt. Habe es geholt. Okay, Freunde, wir holen uns die krasse Rüstung. Mal schauen, was wir bekommen. Und let's go. Oh, okay. Die sieht krass aus, Freunde. Die ist so dunkel. Und Simlaki, ich glaube, die ist richtig stark. Jetzt kriegen wir gar keinen Schaden mehr. Das ist sehr, sehr gut. Ey, sollen wir mal eins bis eins machen? Ja, komm doch zu mir, Simlaki, wenn du dich traust, hä? Ey, komm doch du zu mir. Oh nein, Riesenzombie, Riesenzombie. Aber meine Geraden klären das. Let's go. Und ich kann sogar schon Rüstung 4 freischalten. Aber erst mal gehe ich zum nächsten Waffentisch. Und hier, Tommy-Waffe. Ich frage mich, was die kann. Die hole ich mir als nächstes. Und dann komme ich rüber zu diesem Lucky. Befisch. Komm, 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 trau dich. Oh ja, ich trau mich sowas von. So, das letzte Licht hier nochmal aktivieren. Okay, hier kann ich mich heilen. Let's go, das ist sehr gut. Und ich würde sagen, ich riskiere es. Ich gehe jetzt raus, Junge. Nehmt das. Traut euch und kommt zu mir. Bam, Granate. Bam, Granate. Bam, Bam. Oh nein. Oh nein. Ah, heilen, 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 heilen. Okay. Nimm das, Junge. Okay, okay, Freunde. Oh, das ist riskant. Aber ich kläre das hier. Ich kläre das hier. So, Lucky, ich trau mich einfach raus. Und du? Hast du dich auch schon mal rausgetraut? Ja, ich bin die ganze Zeit hier draußen. Ich mache Pupselbäume da draußen. Du machst Pupselbäumchen? Wie machst du Disten? Ich mache Salto draußen. Hä? Wie machst du Salto? Ja, ich habe keine Angst vor Zombies, weißt du? Ich mache so Drehungen dann. Und ich schlage die Zombies mit Fäusten. Okay, krass, Lucky. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich hole mir jetzt eine Garage als nächstes. Ich glaube, das ist richtig krass. Was eine Garage ist? Voll OP bestimmt. Oh ja, aber sowas von Bam, nimm das. Der wollte mich schon wiederholen, aber keine Sorge, Leute. Ich gehe jetzt vor deine Basin. Ich werde deine ganzen Zombies abcampen, damit du kein Cash mehr kriegst. Hey, dein Ernst, Lucky? Das hat es genau richtig gehört. Du bist voll weit entfernt von mir. Bam, Garage geholt, Junge. Was sagst du jetzt, Alter? Ich hole mir gleich ein ATV. Ich hole mir gleich ein Auto, Simlaki. Nein, das ist bestimmt richtig krass. Ja, was sagst du jetzt dazu, hä? Oh nein, das ist ein Eifer-Zombie. Was hat er gemacht? Der ist unsichtbar, der ist unsichtbar, der ist unsichtbar. Hilfe. Oh, der war einfach kurz unsichtbar, Simlaki. Oh nein, der macht richtig viel Schaden. Aufpassen, Blutzombie. Oh nein. Die haben mich nicht holen. Okay, zack. Let's go. Okay, schnell heilen, schnell heilen, schnell heilen. Leute, ich spare jetzt auf 13.000, dann hole ich mir ein Auto, Freunde. Dann hole ich mir ein Auto. Let's go. Ey, Okri, hier sind so viele Zombies. Ich lock die gerade ein. Was sind so viele? Egal, kein Problem für mich, Simlaki. Es sind echt ein bisschen viele. Oh Mann, ich muss die alle erledigen, bevor du die erledigst. Und komm schon. Ich sehe die schon alle. Ich sehe sogar dich, Simlaki. Aber weißt du was? Ich hole die jetzt mit der Sniper. Ich kriege die alle. Komm schon. Und bam. Ich bin so krass, Okri. Ich bin der Heftigste. Ich camp dir die ab. Ich camp dir die ab. Was soll das, Okri? Ey, hör auf damit. Hör auf, mir meine Zombies abzukämpft. Das sind meine Kills. Ey, ich kill die alle. Du hilfst mir einfach nur. Da ist einer mit dem Auto. Der hilft mir. Der hilft mir einfach. Was ist das denn für den Ehrenmann? Ich bin drauf gegangen. Hast du davon, Simlaki, dass du meine Zombies beklauen wolltest? Das sind meine Zombies. Ich hole die mir. Ich habe die noch zu dir gelacht, Okri. Schau mal, da vorne ist Simlaki. Hast du das schon gesehen? Ich habe 19.000 Cash. Nee, habe ich nicht. Was meinst du? Oh, was ist das denn? Oh, krass. 2.000. Okay, ich bin gleich bei 3.000. Boah, da ist ein Panzer. Was ist ein Panzer? Oh ja, und der eine hat Blitze und sowas, Junge. Die sind richtig krass. Richtig OP, Okri. Wie geht das? Keine Ahnung. Warte mal, kann ich die abschießen? Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Aber dafür hol ich mir jetzt die letzten Zombies. Und Simlaki, ganz ehrlich. Boah, die klauen mir die alle. Die sind viel zu stark für mich. Aber Leute, ich kann mir jetzt ein Auto holen. Wir testen das Auto jetzt aus und gehen einfach zu Simlaki damit. So, hinspringen. Let's go. So, Auto wird sich geholt. Und wir spawnen ein Auto für... Oh, let's go. Rein da. Simlaki, jetzt komme ich zu dir. Haha. Was? Ey, Okri, bei mir sind ganz viel Zoll. Ich erledige die jetzt alle mit meinen Granaten. Warte, kommt her. Ey, Granate... Du kannst sogar auch einsteigen, wenn du willst. Ich komme zu dir, Simlaki. Let's go. Nein, lass zusammen Autofahrt. Ey, Granatentaktik ist voll OP, Okri. Ehrlich. Oh ja, ich komme zu dir. Freunde, schaut euch das an. Es ist dunkel, Okri. Warte mal, es wird wirklich dunkel. Aber kein Ding für den King. Ich komme jetzt zu dir. So, Simlaki, ich bin fast da. Rettung kommt, Junge. Let's go. Rein da. Ich lasse dich rein. Willst du mich vielleicht mal reinlassen? Ich lasse dich rein, Junge. Ich lasse dich rein, Junge. Warte mal, ich lasse dir mal was aus. Ich klaue dein Auto, Okri. Ich klaue dein Auto. Was packt mein Auto so rum? Ey, warum? Der Auto hat mich gekickt. Oder ich? Ein ehrenloses Auto. Let's go. Okri, pass auf, das sind Riesenzombies. Dein ehrenloses Auto hat mich einfach... Ey, kann ich nicht abschießen? Warum können wir uns nicht abschießen? Granate. Weißt du, was ich aber machen kann, Okri? Okay, let's go. Ins Auto rein. Ich würde sagen, Freunde. Ich werfe dich ab mit einer Granate, Okri. Das geht schon. Das geht nicht, Simlaki. Falls ihr euch die Folge feiert, dann lasst jetzt ein Video. Lasst jetzt auf dem Video ein Abo da, ein Like da und aktiviert die Glocke ab. Oh, Freunde. Und drück schnell auf die nächste Folge. Nimm das, Simlaki. Granaten auf dich. Ah, ich helfe dir und kriege Granate auf dich. Oh nein. Oh nein. Ich werde gut. Schnell, Freunde. Drück auf die nächste Folge, bevor er mich kriegt. Schnell, Schnell, Schnell. Hey, Freunde. Drück auf das nächste Video. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.